man mag es kaum glauben aber das hier ist blanke nese am donnerstag den 24 oktober 2013 es ist herrlich sonnig ungewöhnlich schönes wetter für diese jahreszeit und wir haben mindestens 13 grad und ohne die leichte brise die uns hier um die ohren wehen würde würde es einem noch wärmer vorkommen man sieht es ja prächtiger blauer himmel kaum eine wolke am himmel außer diese paar kleinen tupfer und wirklich astreines wetter es ist echt schwer zu glauben dass das hier herbst wetter sein soll goldener oktober würde ich mal sagen